Der Eurospeedway Lausitz ist die jüngste Rennstrecke Deutschlands. Hier finden die deutschen Tourenwagenmasters statt. Und hier gibt es das Automobil-Testcenter der DEKRA. Wir lieben Geschwindigkeit und Präzision. Und hier arbeite ich. Aber wenn etwas schief geht, dann braucht man Spezialisten und wirkliche Könner. Hier soll es sie geben? Im Niemandsland zwischen Berlin und Dresden? Angeblich muss ich nur ein paar Kilometer weit nach Finsterwalde fahren. In Finsterwalde wird Tradition bewahrt und die Moderne gestaltet. Die Windräder baut man hier gleich selbst. Die SIAC baut Stahlrohrtürme für Windkraftanlagen. Bis zu 100 Meter hoch. Einzelgewichte bis zu 100 Tonnen werden verarbeitet. Ein großer Teil der Produktion geht ins Ausland. Mehr als 1000 Mitarbeiter arbeiten in der SIAC-Gruppe und die Werke sind bis an die Grenzen ausgelastet. Denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Und trotz starkem Gegenwind am Markt stehen alle Zeichen auf Wachstum. Sogar in Ägypten baut die SIAC ein neues, riesiges Werk. Für die SIAC zählen nur Superlative. So werden also Windräder gebaut. Alle Achtung. Aber wo kann ich meine Schraube ersetzt bekommen? Finsterwalde hat schon etliche 100 Jahre auf dem Buckel. Doch zur Tradition gehört scheinbar auch der Maschinenbau. Vor allem die Firma Kjellberg Finsterwalde, die seit 1922 Hochtechnologie zum Schweißen und thermischen Schneiden produziert. Hier geht es vom Start weg heiß her. Namensgeber Oskar Kjellberg erhielt das weltweit erste Patent für Schweißelektroden. Jahrzehntelang war das Finsterwalde-Unternehmen der weltgrößte Hersteller von Lichtbogenschweißtechnik. Bereits vor 50 Jahren entwickelte man bei Kjellberg das Plasma-Schneiden. Auf diesem Gebiet ist man heute Technologieführer. Kjellberg Finsterwalde überzeugt mit Innovationen und Qualität. Die Leute von Kjellberg sind in der Sängerstadt Finsterwalde zu Hause wie kein zweites Unternehmen. Die wissen für jedes Problem eine Lösung. Übrigens ein hübsches Städtchen dieses Finsterwalde. Hier bei der Firma Norm und Sonderschrauben in Finsterwalde werde ich endlich fündig. NOSO produziert Sonderschrauben und Prototypen für viele Bereiche, vor allem für die Automobilindustrie. Die verstehen hier sofort, was ich will. NOSO ist spezialisiert auf Sonderteile. Nach Zeichnung oder Muster können sie in allen Materialien, Festigkeiten und Oberflächen angefertigt werden. In kurzen Lieferzeiten und der hohen Qualität der Produkte liegen die Stärken. Firmen eigene Entwicklungen finden heute im Automobilbau ihre Anwendung. Ist der Entwurf für das Bauteil fertig, greift die PILZ GmbH als Kooperationspartner ein. An hochmodernen CNC-Maschinen werden Muster, Kleinserien und Prototypen gefertigt. So ist es stets möglich, rasch auf Markterfordernisse und besondere Kundenwünsche zu reagieren. Als Ausbildungszentrum sorgt PILZ dafür, dass der Region der qualifizierte Nachwuchs für den allgemeinen Maschinenbau nicht ausgeht. Innovation, Produktkenntnis und Kompetenz auf höchstem Niveau. Noso und PILZ sind bereit für die Pole Position. Finsterwalde ist das Zentrum der Metall- und Elektroindustrie in Südbrandenburg. Dafür steht die Vöstalpin Draht Finsterwalde GmbH. Eines der modernsten Drahtwerke Europas. Marktführer bei gezogenen Kaltstauchdrähten. Eine Jahresleistung von über 100.000 Tonnen spricht für sich. Langjährige Kunden aus dem Automotivbereich, dem Maschinenbau, der Bau- und Möbelindustrie haben sich auf die hohen Qualitäts- und Umweltstandards von Vöstalpin eingeschworen. Brauchst du eine besonders belastbare Schraube, dann geh zur Schraube. So heißt das Werk hier, habe ich gehört. Die Adresse spricht für sich. Finsterwalde an der Schraube 28. Das Formteil- und Schraubenwerk kann auf mehr als 130 Jahre Erfahrung mit Schrauben verweisen und durch maßgeschneiderte Lösungen für hochwertige Schraubverbindungen überzeugen. Das Unternehmen beliefert führende Automobilhersteller. Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Antriebkonzepte tragen die Innovationen in der Befestigungstechnik aus Finsterwalde entscheidend zum Erfolg bei. Die Seit 50 Jahren ist Galfa Finsterwalde der ultimative Partner für industrielle Oberflächenbeschichtung. Das Leistungsspektrum umfasst hochwertige Beschichtungen von metallischen Klein-, Massen- und Gestellteilen. Hersteller aus ganz Europa, vor allem aus der Automobilindustrie, bilden den Kundenstamm. Galfa garantiert eine glänzende Lösung. Das Finsterwalder Kooperationsnetzwerk führt erfolgreich zur Ansiedlung neuer Firmen. Die Prelog GmbH arbeitet eng mit Galfa zusammen. Seit 2006 hat das Unternehmen neben den Standorten Großbritannien, Spanien, Frankreich und in Köln auch eine Niederlassung in Finsterwalde. Prelog stellt mit maßgeschneiderten Verfahren für Schraubensicherung und Dichtung auch anspruchsvollste Kunden zufrieden. Die Schraube ist fertig, in so kurzer Zeit. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. In Finsterwalde würde ich gern mehr Zeit verbringen. Die Gegend ist ganz idyllisch, obwohl es hier so viel moderne Industrie gibt. Stromausfall? Das ist hierzulande dank der FIMAG kein Problem. Seit 1934 der Stromerzeuger aus der Sängerstadt. Modulare, dezentrale Energieerzeugungsstationen mit hochintelligenten Managementsystemen machen die FIMAG zu einem der führenden Hersteller. Die FIMAG nutzt regenerative Energieträger zur Wärme- und Stromerzeugung und leistet so einen wichtigen Umweltbeitrag. Dank enger Kooperationsbeziehungen muss hier kein Kunde lange warten. Finsterwalde ist in Brandenburg der maßgebliche Wachstumskern der Metall- und Elektroindustrie. Musik 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 Etwas habe ich gelernt. In finster Walde ist man auf der Überholspur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017